ja hallo leute hier ist euer toso und ich habe versprochen dass wir diese max klopfen und das machen wir anscheinend nachträglich ja 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 Die Ruf-Verstärkung! Ja, ruf nur! Jawoll, du Blecheimer! Und wo ist die Verstärkung? Kommt's nur, kommt's nur, ich bin bereit für euch. Ha! Und du hast Angst vor diesen Blecheimern. Also, Leute, ich hab einen zu viel im Tee, wie meine deutschen Freunde zu sagen pflegen. Aber versprochen ist versprochen, ich hab's gekloppt, okay? Und wenn's auch nur nachträglich ist, okay? Und die Tech-Obs eingesammelt, hoffe ich alle. Na gut, wir sehen uns demnächst, euer Atomso. Hat's euch gefallen, macht ein Abo, wenn nicht, dann sagt's nicht weiter. Und tschüss, bis bald! Aber so, bis bald! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Vielen Dank.